Eine jüngere, hochschwangere Frau wurde an diesem Strand eingegraben und durch die Springflut ertränkt. Was ist denn so Besonderes an diesem Fall? Mein Papa war bei den Ermittlungen dabei. Es gab niemanden, der sie als Vermisst gemeldet hatte, oder? Nein, nein. Ich weiß, du hast vor, weit zu gehen liegen, aber Mord? Deine einzige Aufgabe besteht darin, unsere Probleme zu lösen. Deine oder die des Unternehmens. Es läuft hier offensichtlich ein sadistischer Mörder rum und niemand grümmt einen Finger. Personen, die systematisch obdachlose Menschen misshandeln. Worauf bist du eigentlich aus? Geld? Auf Wrach. Die wichtigste Frage hat sie mir gar nicht gestellt. Was? 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 Vielen Dank.